Will wahrscheinlich keiner sehen, das Spiel, oder? Egal. Ich kann doch nichts dafür, dass ich nichts anderes habe. So. Musik auf. Ach so. So. Ton wieder reinblenden. Es geht weiter hier. Das ist natürlich hier keine Full-HD-Auflösung. Ich konnte das irgendwie nicht einstellen. Ja, ich habe die Musik schon ausgemacht. Keine Sorgen. Wie kann man hier nochmal ducken? Springen? Hey, ging das mich nicht mit? Oh Mann, ich kann mich nicht ducken. Das hatte ich doch schon geschafft, ne? Okay, wir gehen... Wir gehen erstmal in Position. Digga, was soll das sein? Ja, das ist ein Spiel. Wie kann man hier zielen? Ich habe da schon ganz vergessen. Ich glaube, ich verstehe das nicht so ganz. Ich glaube, ich bin nicht so gut in dem Spiel, ne? Du bist überhaupt nicht gut in irgendeinem Spiel, wenn ich alles bin. Aber egal. Ich habe kein Nokia-Handy. Wie soll ich denn ein Let's Play von Snake auf einem Nokia-Handy machen? Hallo? Kann ich jetzt mal hier... Ich finde, man kann auch Let's Plays von alten Spielen machen. Ich finde, man muss Let's Plays von jedem Spiel machen. Das ist meine Mission. Ja, ich... Ich möchte nur mal anfangen. Ja, okay. Ja, du musst ja nur alte. Habe ich ja auch ein Messer? Das schäle ich nicht, ne? Leo, und jetzt knall die doch mal ab! Ja, ich weiß nicht, wie man hier zielt. Ich habe das vergessen. Hallo, Wammel! Ist das dein Ernst? Versuch mal Z. Keine Ahnung. So. Nein. Was hast du jetzt gedrückt? Z. Okay. Ja, Mann, du weißt jetzt, wie man sich duckt. Das ist auch schon mal wichtig. Treffen die mich jetzt nicht mehr? Okay. Läuft der mit Rumpf? Okay, das muss man nur reden. Aber egal. Die ist doch keiner. Da waren wir jetzt. Japaner. Oh. Guck mal, die... Hättest du aber auch Battlefield 1 runterladen können? Ohne Scheiße. Jetzt lass mich doch mal da durch. Sie sind weg! Kontakt hergestellt! Was? Lies das mal vor. Hat dein YouTube-Name was mit seinem Haarschnitt zu tun? Nein. Ich sehe einen! Nein, der YouTube-Name hat nichts mit meinem Haarschnitt zu tun. Ja, das ist ihm angesprochen worden. Das können sogar Senioren-Zirken besser spielen wie du. Also ich bin doch jetzt hier fertig. Und du bist wirklich in jedem Spiel begabt. So. Die Abonnenten meinen das selber in die Kommentare, die Zuschauer. Was? Hättest du es mir gesagt? Ja, ich weiß. Senioren können das besser zocken. Also ich glaube, nicht hassen alle, ne? Nein, die hassen dich nicht. Das ist so eine Hassliebe. Weil du nur alte Spiele spielst und bei jedem Spiel versagst. Aber im Mögel, die Vier davon wollen alle spielen, obwohl das auch von 2004 ist, ne? Ja, natürlich. Vorsicht, Leute! So. Sie rücken vor! Sie rücken... Ich hoffe, ich habe einen getroffen, ne? Ist das dein Ernst? Kann ja sein, dass du dich so benannt hast, damit du deine gewünschte Frisur nicht vergisst. Also Step Cut. Was? Nein, das ist nicht meine gewünschte Frisur. Das hat nichts mit meiner Frisur zu tun. Ich weiß ja auch nicht, warum wir auf diesen Namen gekommen sind. Guck mal, hier ist eigentlich Speichern. Spiel Speichern. Ich glaube, das hat funktioniert, ne? Was war das? Ja, du hast einen Smiley da drauf. Was? Das wird so lustig. Schau mal ein bisschen. Ich hätte vielleicht doch nicht doch lieber meinen eigenen Kanal aufgeben. Ich lasse dich immer mehr. Ja, mach halt deinen eigenen Kanal. Nein, das macht keinen Sinn. Ich pronunziere doch sowieso nichts. Ja, das stimmt. Müsstens ab und zu. Und das lohnt sich nicht, dafür eigenen aufzumachen. Ja. Also, ich habe jetzt schon, es sind schon 445 Leute, die mich hassen, ne? Vielleicht kommen ja noch 500 irgendwann. Dann kann ich so gut vertreten. Ja, also, ich spiele jetzt hier dieses Spiel, weil sich die Zuschauer ja nicht erscheinen können. Das sind alles die Zuschauer schon. Der eine will COD, der andere will Battlefield und die anderen nochmal was ganz anderes. Oh mein, ich habe das Video-Vorschaubild vom Stream gar nicht geändert. Tja, ist doch egal. Aber die denken, die neuen Leute denken jetzt vom Vorschaubild her, dass ich den Euro Truck Simulator spiele und vom Titel, dass ich Emergency 4 spiele. Ja, deswegen kommen sie ja rein. Weil wir denken, dass du das spielst. Was? Wie hast du so viele Abonnenten mit den Spielen bekommen? Ja, die spielt ja kein anderer. Ja, also nur er spielt diese Spiele. Achso, ich kann auf Spiel starten klicken. Offensichtlich gibt es Leute, die mögen alte Spiele, ne? Spiel starten. Okay, Team Able ist bereit. Auf mein Zeichen geht's los. Hinter dem Strand sind Schützengräber. Okay. Räuchert sie mit Granaten aus, aber bleibt in Bewegung. Ja, mach ich. Im Wasser stehen bleibt, seid ihr tot. Ja. Es geht los, Jungs. Was? Wenn mein... Wen denn mein Opa, oder was? Was ist mit dem Opa? Ich verstehe es auch nicht mehr. Irgendwie wird das immer weniger Deutsch hier. Ja, ich verstehe es auch nicht mehr. Ich verstehe es auch nicht mehr. Irgendwie wird das immer weniger Deutsch hier. Wo sind die denn? Ich werfe mir eine Granate, ne? Oder? Vielleicht hilft das, ja. Ich sehe da gar keinen. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Ich hab dich! Feuerschutz! Feuerschutz! Hä? Ich sehe da keinen. Da oben war was. Erledigt den Kerl! Ich bin mal ein Kaffee. Schieß mir die Kommentare vor. Hab ich schon. Das ist aber neu. Hoffentlich geht gleich bei mir die Gämmersheim. Lade die Garde runter. Was? Hab ich dir gerade vorgelesen. Ja, ich hab's nicht verstanden. Hoffentlich geht gleich bei mir die Gämmersheim. Lade die Garde herunter. Achso. Ich will ja nicht mehr zugucken, ne? Hoffentlich ich dich nicht. Da ist doch einer. Oh. Ich hab einen getroffen. Krasser Scheiß. Puh. Ich glaube, ich bin verletzt. Ich glaube, ich bin gleich tot. Wo ist denn da einer? Ich sehe da überhaupt keinen. Ja, ich auch nicht. Ich sehe, ich sehe da keinen. Hab ich ihn jetzt getroffen oder was? Okay, dann gehe ich mal weiter. Ah, das war keine gute Idee. Los, los, los! Team, vorwärts! Da ist einer. Jetzt geht doch mal weg. Hier steht auch nicht so im Weg rum. Gehen wir! Zeigen wir! Die inhaltende Bewegung! Ich rücke vor! Und zu! Gangway! Auf geht's! 100 Männer! Gehen wir! Bewegt euch! Boah, das ist so dunkel hier auf diesem Monotor. Die sind so dumm, der steht direkt davor und trifft den nicht. Muss ich ja alles alleine machen. Und halte doch mal die Zuschauer, wenn ich hier so schlecht spiele. Ich kann mich nicht unterhalten bei diesem schlechten Spiel. Man muss schon was anderes spielen. Das ist ja mega langweilig. Ja, okay. Was passiert da nicht, meine? Was? Alter! Was willst du denn spielen? Ich will gar nichts spielen. Ich will jetzt gar nichts spielen. Ich spiele das schon die ganze Zeit nicht. Du spielst die ganze Zeit. Ja, ich bin jetzt tot. Ich kann nicht mehr spielen. Ich bin tot. Ja, dann können wir jetzt abreden. Es sind immer noch vier Zuschauer da, obwohl ich so schlecht spiele. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, dann spiele ich halt was anderes. Dann spiele ich jetzt hier ein altes Spiel. Jetzt hat ich den Bausimulat vor. Ja, sowas meinte ich jetzt eigentlich. Egal, ich speichere nochmal kurz. Ja, guck mal in den Kommentaren. Ja, guck mal in den호� Das ist kein Jaum. Bis zum nächsten Mal.